... Wir können dich ganz schlecht verstehen. Halbe Stunde? Viertel Stunde. Länger hältst du doch nicht aus, oder? Also, bis die Kirchtürung nur halb. Also, ich habe hier einen schönen Bausparvertrag. Das würde ich gerne verkaufen. Investitionen in die Zukunft, zwar nicht in Ihre, sondern in meine, kostet auch nur 2 Euro. Super, Investitionen in die Zukunft. Und heute abends steht es bei YouTube drin. Ja, gut, ja. Alles klar, können Sie die Adresse hin draufschreiben, dann gucken wir auch direkt. Jetzt ist heute abends bei YouTube drin.